Meist liegt das Gute, aber nicht in dieser Welt. In dieser Welt liegt das Böse. In einer Welt voller Hass, Leid und Schmerzen muss das Mädchen Janie aufwachsen. Seit über 100 Jahren weilt das Böse unter ihnen. Doch eines Tages passiert etwas Komisches. Na? Oh schön, du bist wach. Wo bin ich? Du hast vor unserer Haustür geschlafen. Und du bist? Ich bin Serena. Du bist plötzlich 100 Jahre in der Vergangenheit. Das hier soll die Vergangenheit sein? Das ist ja ein richtiges Paradies im Gegensatz zur Zukunft. Du alleine hast die Möglichkeit alles zu ändern und die Zukunft zu retten. Aber das ist nicht so einfach. Was soll das heißen? Ich bin aus der Zukunft. Ein ganz normales Mädchen soll die Zukunft retten. Aber wie? Und wird sie je wieder in ihre richtige Zeit zurückkommen? Erlebt dieses Abenteuer mit. Das ist ja so einfach. Na klar!